So, hallo zu diesem Video. Thema ist die quadratische Ergänzung. Wozu dient die quadratische Ergänzung? Was machen wir damit? Nun, wir faktorisieren einen quadratischen Term oder eine quadratische Funktion, die in der allgemeinen Form da steht. Und wir machen eine Produktform draus und so können wir wunderbar die Nullstellen ablesen. Und als sogenanntes Abfallprodukt fällt auch noch die Scheitelpunktform ab. Dazu gleich mehr. Ja, also wir nehmen jetzt einfach mal eine quadratische Funktion. Ich habe jetzt mal diese hier ausgewählt. Ganz wichtig am Anfang, hier vorne muss als Leitkoeffizient eine 1 stehen, beziehungsweise nichts, kann man ja weglassen. Wenn da eine andere Zahl steht, müssen wir noch ausklammern. Dazu gibt es dann auch Videos. Im Großen und Ganzen besteht die quadratische Ergänzung aus drei Schritten. Der erste ist die eigentliche quadratische Ergänzung. Dazu nehme ich einfach die ersten beiden Summanden hier vorne und schreibe sie hin. Jetzt nehme ich die Zahl vor dem x, halbiere die und quadriere sie und zähle sie einfach mal dazu. Weil das ist jetzt im Prinzip nach der ersten binomischen Formel, wer hier im Plus steht, wenn dann Minus wäre, wäre es die zweite. Nach der ersten binomischen Formel ein Binom. Da ich aber jetzt hier das grüne Abschnitt dazu gezählt, mit einfach was dazuzählen darf, ziehe ich es gleich wieder ab. Somit habe ich nichts geändert. Was jetzt noch fehlt, ist diese 6. Die schreibe ich hinten dran. Hier nochmal kurz erklärt, was wir gemacht haben. So, im zweiten Schritt bilde ich jetzt aus diesen ersten drei Summanden hier das Binom. Wie gesagt, erste binomische Formel. Die sieht dann wie folgt aus. Wer sich nicht merken kann, oder wer Probleme hat mit der binomischen Formel, die drei Elemente ergeben sich wie folgt. Ich nehme die Variable ganz vorne, ich nehme das Vorzeichen und ich nehme die Zahl in der Klammer. Gut, im zweiten Schritt addiere ich einfach das, was hier hinten noch übrig bleibt. In dem Fall 5 halbe zum Quadrat ist 25 Viertel. Das Ganze kann ich auch als Dezimalzahl einfach zusammenrechnen. Was jetzt hier entstanden ist, so als wie gesagt Abfallprodukt, ist die sogenannte Scheitelpunktform. Das heißt, wenn ich jetzt das Vorzeichen drehe und das einfach hinschreibe, habe ich hier die x- und hier die y-Koordinate. Das Scheitelpunkt ist der Parabel. Die Parabel, die hieraus entsteht. Gut, im nächsten Schritt, beziehungsweise vorher muss noch eins beachtet werden, nämlich, ganz, ganz, ganz wichtig, an der Stelle muss ein Minus stehen. Warum, erkläre ich jetzt? Weil jetzt zünde ich die dritte binomische Formel, die ja so auf der einen Seite der Gleichung aussieht. Wenn ich jetzt vergleiche, das hier ist jetzt gleich mein a², das hier ist mein b² und dann muss hier ein Minus stehen. Sonst zündet das nicht. Jetzt gucke ich auf die rechte Seite. Links a², b², rechts a, b zweimal. Ich muss also nur hier von die Wurzel ziehen, da von die Wurzel ziehen, entsprechend hier platzieren und dann einmal mit Plus und Minus verbinden. Das Ganze sieht dann so aus. Da von die Wurzel, einmal hier, einmal hier, jeweils a. Da von die Wurzel, einmal hier, einmal hier, b. Und jetzt einmal dieses rote Plus und einmal dieses gelbe Minus. Und im letzten Schritt muss ich noch ausklammern. Die innere Klammer hier kann ich weglassen, weil ja nichts davor steht. Plus 5 halbe und so weiter ausgerechnet ergibt dann im Endeffekt diese Produktform. Und aus der kann ich jetzt wunderbar die Nullstellen ablesen. Vielen Dank.